da habe ich noch einmal ein also malo ist heute und werke ich kann sein was ich will nicht ich will das nicht dann wird der räuber, dann sind sie aber zu viert oder wird der Bulle dann sogar zu viert? 3 gegen 3 chill genau jagen töten was auch immer festdeuten vielleicht doch wird sich dann ergeben einer fällt glaube ich noch oder? ja die youtube tritt tritt hat es mal ne youtube muss uns beitreten youtube ich nehme motorrad ja 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 j g h g is bei mir j h g is bei mir hallo tje 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 geht noch aus eurer äh seos und sowas nur maloi und ich werden einen erstellen warte kurz malo du kannst berg einladen und jg so bb 45 kommt bei mir rein ja und ja hier muss kannst du mir nur eine einladung schicken oder irgendwie Fah! Uganda, jetzt tritt mir mal Arme nach oben bei. Tritt mir bei, in mein CEO, okay? Und am besten YouTube-Dead auch. Ja, Maskenladen. Ja, dann kannst du mich nochmal einladen. Ja. Es eskaliert gleich. Nee, kann ich nicht. Ich hab immer noch einen in meinem MCs drin. Ja, die kommen ja nicht rein. Ihr müsst mal bei Malloy reingehen. Also die Bullen. Nee, die Räuber. Ja, weil wir gegen die Einladung nicht richten. Die kannst du mir nochmal eine Einladung schicken. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt. Wer spricht da? YouTube, ne? Wo? Wo? Ich bin ja bei... YouTube-Dead. Warte, ich... Ich bin dein Namen, warte... Ähm... ... Kannst du mir nochmal eine Einladung schicken? Kannst du mir nochmal eine Einladung schicken, bitte? Ich glaube, da hat kein Mikro. Ich bin ja bei den Mann schicken. Ich bin ja hier. Ich bin ja bei den Mann. Ich bin ja bei Gott. Ich bin ja bei den Mann. Töntlich. Werke auch Ja, bitte Werke muss auch in der Vision Bei den MC Ah, ich hole ihn an der Kammer Wir machen Maskenladen Nein Geh doch rein, Werke Hallo Was? Youtube nicht rein kommen Doch Ich bin ein Heli Ja, die Racer Hä? Die Roten sind jetzt die Bullen Okay Ja Sagen wir es einfach so Soll ich mit dem Etoninatensymbol Polizisten Motorrad Wir brauchen kein Knast Nein Ich hab das perfekte Outlook Hier Ja, reicht das Ding, reicht das Ding Ja, aber dann ohne diesen Knast Aber dann ohne diesen Knast oder so Das ist echt geschockt Hey Ja, aber da muss doch jeder einhalten Ja Warte, ich komm bei euch Dann machen wir real rap Also Mit diesem Knast hier Am besten Irgendwie irgendwo Wir müssen dann die Bullen entscheiden Ja Wo man reingehen kann Ja 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 Ja, okay Da kommen Da kommen die Knast, die sind Übrigens Oh jetzt Ich hab's gar nicht ganz verstanden Nein Ist egal Ist egal Ich komm Ja, warte Ich hab zwei, warte, pass auf Ich kann das so mal und so rumlaufen Und wenn ich dann gefangen will Kann ich den nicht machen Ich hab ein Fahrzeug aus Versehen geschrottet Ich störe es jetzt mal gar Ja, tut mir leid, ich hab gerade Das ganz geschrottet Dann hat's angefangen zu brennen Und Ja Mach mir auf Ich zwing dich dazu Ich muss so schreien, was wird dir sein Was war jetzt denn? Was war das? Was war das? Warte Warte Warte, ich sei die Indie selber hochgeflogen Warte Warte, ich seh dich, Ego Ich seh dich, Ego Gleich fällt mir runter und erst stürmt Ja, ich seh dich Kann man jetzt bitte anfangen Ja, ich kippe jetzt Keine Ahnung Ich darf ihn die ganze Zeit Ihr fahrt jetzt mit Auto herum oder so Ich werde mir jetzt auf dem Auto kommen Ja, darf ich mir noch ein anderes zu holen? Wie schnell Danke Einfach normal ist egal Nein Ach scheiße MTV Ja, das ist auch nicht wie schnell ein anderes Auto Ein MTV Ach, ey, 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 pscht Machen wir noch Verkehrsregeln fahren? Wo, nicht so, oder? Okay, jetzt Ich hab gerade auch nicht Oh, nicht gut Ich hab gerade auch nicht Warte, jetzt wo, nicht so, oder? und aber dieser jahr oder ist das fliegen kann nichts das schwimmen kann oder tauchen kann also der mtv oder so schreck keine ahnung wie die scheffer ist das ja noch okay lange nicht ja genau so lange können wir jetzt bitte anfangen machen wir eigentlich auch machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen mit ego perspektive ohne perspektive ohne wir machen mit mit karte oder ja wir machen jetzt also karte ich bin ja nicht so ein oder zehn alter hallo gib Geld Geld nicht außerhalb der Stadt ein deutscher Pass ein deutscher Pass ok ok alles gut nur noch 150 Euro ja Kinder geht nichts Geld will handeln er wird strafter der Handeln plus Kloch ok gut Alter wo finde ich die gelandet ich durfte auch leben eine Frage darfst du auch Monster Truck benutzen weil das ja auch normales Fahrzeug ja damit würden wir dich erst recht anhalten also Monster Truck ist ja ganz normal ey eine Frage noch machen wir nach amerikanischen Verkehrsregeln dass wir rechts abbiegen dürfen ja für ein rotes ja ja du kennst dich damit nicht auch ne ich geh jetzt richtiges Polizeiauto holen ja 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 bitte fahren sie bitte halten sie an bitte halten sie an bitte halten sie an rechts rein fahren bleiben sie bitte hier stehen ich hab nicht mal sehen dass sie ihn ausgerüstert haben ich hab nicht mal sehen dass sie ihn ausgerüstert haben bitte haben wir eine Ausweichung für Oberschein Fahrzeug parriere bitte ja okay ja 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 ja